In Deutschland wird am Tag nach der Bundestagswahl über den Regierungsanspruch der Union debattiert. Während CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak den Anspruch von Kanzlerkandidat Armin Laschet trotz der herben Verluste eine Regierung anzuführen verteidigte, bezeichnete die SPD die Union als großen Verlierer. Aber auch innerhalb der Union gab es Kritik am Regierungsanspruch Laschets. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erklärte am Montagfrüh, das Wahlergebnis sei ein Erdbeben gewesen und habe eine ganz klare Wechselstimmung gegen die CDU gezeigt. Das müsse man sich ganz klar eingestehen. Immer schließe sich deshalb die Haltung im Adenauerhaus in Berlin nicht, von einem Regierungsauftrag zu sprechen, sagte Kretschmer. Diese Linie liege genau auf dem bisherigen Kurs, der zum Absturz der Union geführt habe und sei nicht zukunftsfähig. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak verteidigte dagegen den Anspruch der Union. Jetzt gehe es um die Frage, eine stabile Regierung zu bilden. Dafür gäbe es nun zwei Optionen, die auf dem Tisch liegen. Die entscheidende Frage sei, welche der Optionen es schaffen könne, ein echtes Zukunftsprojekt anzubieten und Mehrheiten im Parlament zu finden. Die deutlichen Verluste seiner Partei bei der Bundestagswahl bezeichnete Ziemiak als bitter. Er finde, bei diesen Verlusten darf man auch nicht schönreden. Der Wahlkampf sei nun aber vorbei. Nun müssten alle Seiten ausloten, in welchem Bündnis etwa Themen wie Klimaschutz und soziale Sicherheit miteinander vereinbar sein. Außerdem müsse garantiert sein, dass Deutschland ein starker Industriestandort bleibe. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung bei seiner Partei. Die Union sei der große Verlierer des Wahlabends. Aus dem Ergebnis von CDU und CSU leite sich kein Regierungsauftrag ab, sagte der SPD-Politiker. Die SPD werde in den kommenden Tagen dafür kämpfen, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird. Man werde an diesem Montag im Präsidium zusammenkommen, um über die nächsten Schritte zu beraten. Er sei außerdem gespannt auf den Verlauf der Gespräche zwischen FDP und Grünen, insbesondere auf das Verhalten der Grünen. Klingbeil könne sich kaum vorstellen, dass gerade die Grünen einen Armin Laschet stabilisieren wollen, der so deutlich die Wahl verloren hat. CDU-Kanzlerkandidat Laschet hatte am Wahlabend den Auftrag zur Regierungsbildung für sich reklamiert. Nach dem vorläufigen Ergebnis stürzte die CDU-CSU nach 16 Jahren Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel mit 24,1 Prozent aber auf ein Rekordtief. Dass hier sein muss, wenn man sich nicht mehr auf den Boden verdienen hat, gilt das für die Grünen.